so wie mir auch glaubt du hast recht wie geil mann warte mal wenn ich nicht stören wo die Pflanzen wo bin ich ja ich möchte ich wieder direkt drauf wo muss das da oben ist schießt das Teil da mal runter schubst das 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 da mal runter ah nein wie soll ich das mal runter schützen stacheln oder andere Seite runter also nach rechts hier ist alles zu ja jetzt hast du das komplett du musst oben drüber geh mal weg von einem kleines modiert gleich ich habe eine idee pass auf bin tot wohl jetzt von mir warte mal warum muss noch jemand nicht unterholen warum so eine scheiß landstimme die ganze killt geh doch dann du musst doch nicht hin ich hole die hier doch her ja du machst sie in dem Radius wo die Pflanze ist warte Gott ich muss die Pflanze jetzt ist das Pflanze weg ach ich muss dort wir hatten checkt nee mal gehen der ist weiter weg du musst halt einfach durchladen und du musst jetzt zum nächsten Checkpoint den irgendwo gibt schweiz schweiz auch gehandelt da und wo ist jetzt was dran warte warte mal mach mal runter lol da unten ist ein geheimnis versteckt ding nein fast das war eingesammelt da unten ist ja noch mehr da ist ein gang ich weiß ja nicht wohin der führt nein das nicht mal wow ich bin da gleich mal die Tosse ich will nicht sagen wirklich verreckt wirst doch das öftere ich hab doch alles eingesammelt hast du meinen Zauberer das war schon hoch da muss man irgendwie was erholen na geht doch ich hänge hier so eine Runde rum oh god nein neun neun so gut hat sie nur getroffen leute Zauberer. Obwohl. Lol. Lol. Ich bin ja noch Zauberer. Lol. Ich wollte grad einen Feuerfall werfen. Ähm. Wie machen wir das jetzt am besten? Da quätscht grad jemanden. Mit dem Kopf dagegen. Oh, 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 oh! Nein, es kommt wieder! Hier geht's doch nicht weiter. Tschüss. Wie bist du scherz? Da geht's hier weiter. Mach' aber nochmal hin. Ich necke. Aber das war' ich gar nicht. Ich bin über den Stein hochgegangen. Hallo, ich necke. Oh, ich hab' einen... die schnecke gar nicht wissen was das schwarze am boden ist du machst mal zauberer action ich habe sie nicht jetzt habe ich sie hier ist ein fass das auf dem ich mich festhalten kann und machen spänner herr blöde spinne es kommt nicht ich habe geschaffen darauf zu schießen löst sich aber wir machen die feuerfalle kennt der mensch also nicht viel ja warte ich muss ja immer dann doch schütteln du kannst du uns ganz viel zeigen nein da wird okay die armen Dinger auch noch schieben Prozent ich kann und eben sich den Hörer ein aber das ist auch okay jetzt kann sie an der Schiene morgen er ist nicht gekommen er lasse ich mal zauberer ich kann noch nicht mehr ich kann nicht mehr Warte ja was ich mal zauberer h h ich kann nicht h Leute ich bin tot und jetzt ist es schon ich bin ich bei Garton das ist nicht so etwas wie gestorben ich glaube es war nicht so gewollt wieder wieder krieger der fette das alles macht warum hast du da ist gerade ein stein runtergeschaut das macht man nicht und darunter ach du bist auch noch da st ja ist noch jemand vielleicht kann man das doch hier oh baby hier wollen wir mal lustig sein habe ich gehört hier Also am Vorteil ist das Fass Woh! Hörst hochgehen Ich hör das Fass da hinten Geh einfach auf das Schießen Geh einfach hoch Komm Arsch Keine Idee Jetzt aber einmal mach sie irgendwie so'n Scheiße Oh du bist doch ein Bobbich jetzt geschafft Ich hab's geschafft Ich auch, nein Wow, 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 wow Du musst wieder Versiegding machen, du musst irgendein Checkmarschner finden Ne, ist noch XP Weil du kannst kein Versiegding machen ohne Zauberer Wohleise, komm doch nicht hoch, komm doch Da, ah, fuck Leute wurden dann Viech Würfen unten abgeschossen Ne, gar nicht Ne, da, spring Dumm, 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 dumm Dumm, dumm Gernot Hamann, da ist wie die Kammer Bidde immer c-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st Kcomp Marsch was sind war er auch da wird von aufein und der Konkurrenz keine Rätsel machen habe ich dir vorhin gesagt nicht weil du lügst und als muss erst mal alles kaputtieren aber nicht oh mein Gott ein riesen explodierfass ein riesen explodierfass von den Machen kaputt gemacht wir werden einfach mal erst mal das wasser hier anmachen ja dann muss das noch ein kleiner hoch ich habe ein zu kleines teil genommen dann gehe ich hier so oder mache ich das so und dann klappt es nicht na das Problem ist, das geht nicht Leute geh da mal runter, du bist zu schwer geh da mal runter ich habe wieder hoch, so muss ich kaputt machen toll, jetzt kommt so hoch ja, haben wir neu ist, was halt gekommen, da oben hin zu dem explodierding ja, noch weiter wie nein, nein, nein warte mal, mach lass mich mal Zauberer du bist zu schwer Moment, los für uns nein, kann ich nicht bewegen oder 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 das das tut sie das ist dort die da fester selber gekillt nach am Arsch an der Bankstorte Checkpoint Checkpoint mein Buch genau das Buch noch nicht lesen Schwersten Checkpoint ich bin erst mal statt E zu drücken Neuer Alta jetzt drückt E E und mit sich verarschen Schicht Rommarschen das ist echt nur für die Dinger deiner Seite ist der Onkel noch lesen wie du siehst das nicht mehr Leu Moment nur ersten Checkpoint aber als er gibt es keinen Röhrer okay jetzt kommt der Richtigste Schloss die das Schloss das Schloss mit der einen grünen und ekelhaften Fall da oder als das Wasser Oralha perfekt regiert hier vor allem der Verlust Spinner weil die ist die Beppe Loll mann wird so sie kann ziehen ein oder sie wird nur so chillen ich zieht mich da erstmal hoch was so lange wir damals gebraucht haben ja darum ja lol bin da ich weiß schon wenn du dich mal fliegen lassen kannst Leute wo bist du? Ach du bist bei mir hier unten drin Moment ich steh jetzt tot lass mich lieber mit einer Leiche machen blablab ja äh lass mich mal Zauberer geil und das kennen wir auch noch das hat sehr lange gedauert kling mich da einfach mal fest wow bin doch schon um dran wieder oh warte ich geh ein Stück zurück oh nein am Arsch ich versuch mal was so war das glaube ich ja genau jetzt können wir uns hier festhalten warte ich will das schnell hier festmachen wie auch immer du kannst das dann nicht festmachen den dingern das haben wir damals auch bekommen du musst zwar irgendwie neul ich hab's an die Stacheln hergeklemmt darf mich mal hoch zu dir damit ich was sehe du musst glaube ich hier auf das Blatt um was äh dann kannst du mich weiter rüber ziehen und ich seh jetzt von oben weniger okay warte da kommt Fisch da kommt Fisch da kommt Fisch okay 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 Töte mich einfach genau ja tut mir leid es war falsch okay warte planen hey ich muss eigentlich aufhalten du kannst es mal gar nicht jetzt halte ich es doch auf warte mal lass mich noch hier zu einer Stufe vorbei so hier jetzt habe ich da kann ich auch nicht machen weil ich da rum warte weil ich es noch ein bisschen höher mache was passiert dann so tot ich weiß wie ich das sagen wir ja schon immer fest gemacht haben ja lol ich muss erst mal hochkommen Gott warte da oben ist das halt irgendwo wo man nicht festklemmen kann ganz nach oben ja ich sehe aber noch nichts okay lol homo nice direkt instantot hier kommst du? ja äh ich versuch das gerade ah deswegen geht er irgendwann los ja moment aber was am Ende der Fähigkeiten als uns um es bringen könnte es werden wenn du mal kurz an die Seite gehst wo es uns gerade lauter geworden ist nämlich gerade drei Fähigkeitspunkte vier Objekte bringen so fast kann ich nicht kann ich nicht wenn ich die kurzen sind krieg nicht mal eins nein du musst jetzt das noch verbinden oder? ich kann die nicht weiter verbinden oh oh ich hab mich mal töten das kannst du echt gut na das hält uns sogar aus ich hätte gedacht das bricht jetzt zusammen bei uns beiden moment so fett nicht auch nicht oh okay da sind fähig nimm deinen cube nein geht grad nicht gib mir deinen Zauberer moment kannst du den da erreichen den cube ja Gott ja mal nice loll aah oah loll wo bin ich e e e e e e e